Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und zwar seht ihr im Hintergrund einen kleinen Black Ops 2 Clip. Ja, ich habe mir Black Ops 2 für die PS3 geholt, allerdings bin ich da nicht unbedingt der Beste drin. Deshalb könnt ihr mir gerne mal Tipps für Klassen und so weiter in die Kommentare schreiben, da ich denke, dass einige von euch Black Ops 2 haben. Und da wahrscheinlich auch besser sind als ich. Und hier seht ihr einfach mal einen kleinen Clip, wo ich mich extrem aufgeregt habe. Es sind Leute gejoint und trotzdem wurde das Spiel beendet. Man kann sogar gleich sehen, dass der eine sogar gejoint ist hier jetzt. Und noch eine Kleinigkeit nebenbei. Ich habe jetzt einen Zweitkanal aufgemacht wegen den Creepypastas. Ist auch ein aktiver Kanal, also den gibt es jetzt seit 7, 8 Tagen und ich habe halt schon täglich eine hochgeladen. Das Video ist jetzt auch das Gameplay, wenn man es Gameplay nennen kann, ist jetzt auch schon vorbei. Ich habe mich da nur ein bisschen von Black Ops 2 getrollt gefühlt und ich wollte nur kurz sagen, dass ich das Spiel habe und ihr mir gerne Tipps geben könnt. Und ja, das mit dem Creepypastas-Kanal findet ihr verlinkt in der Beschreibung. Und auch der Reihen macht den Bildschirm aber nicht kaputt. Euer Random. Tschüss.